Moin, hier ist Mia von Geeksläuf Luxemburg und wir stehen heute gerade auf der Luxcon bei der Leva Kelly. Moin. Moin. Und wie geht ihr? Gut. Okay, mein Magazin hat mich heute die mega süße Plüsteherin. Aus welchem Material ist das? Aus Schofswoll, die gehen da gefilzt, so machen wir dann nur null. Und wie lange brauchst du ungefähr dafür? Ja. Die Klänge braucht nur ein bis zwei Stunden, drei bis vier. Und wie hast du da angefangen? Für gute Sex-Mind. Wie hast du denn für dich entdeckt? Eine Freundin hat ein Bild davon gewusst, dass du schon so cool fand und etwas recherchiert, wie wir hat es zu vorn, wo sie da alle zum Beispiel irgendwie kann es machen. Ich habe gesehen, du musst generell so charakteren. Was war denn dein allererster, den du gemacht hast? Das war ein Karte aus einem Tutorial vom Internet. So geht es doch immer. Ich muss nicht zusammenfangen mit Lehren. Was noch, ob irgendwelche anderen Coventions vertreten oder wie können sie sonst noch kaufen? Und das sind nicht mehreren. Das vertreten auch so auf Facebook und auf Deviant8. Kannst du mal ein bisschen unseren Zuschauer sehen, wie sie dich dann auf Facebook und auf Deviant8 fahren? Also auf Facebook sind ich in der Kalis8 zu und auf Deviant8 Ballpupp. Na ja, gut, das hat angefangen. Na ja, was sind denn noch die Zukunft, die du planst, die du möchtest, die du möchtest, die du anschauen möchtest? Kannst du, dass ich nächstes Jahr auf LuxCon rumkomme oder dass mir über Fleischer kommt, ob mir ein Großkonventor geht, wie Made in Asia zu brechen oder so? Ja, das ist gut. Und noch viel Spaß auf der LuxCon. Merci, gleichfalls. Bis zum nächsten Mal.